Es gibt nur einen moralisch akzeptablen Weg, es zu klären. Wir machen ein Mom-Duell. Oh, scharfe Soße. Oh, scharfe Soße. Oh, wow, ein... Oh, scharfe Soße. 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 Dann werden wir das gleich voll auflegen. Na, du was, Christy? Okay, ich küsse dich. Ich küsse dich. Na, du was, Christy? Okay, ich küsse dich. Was, was glaubt ihr denn, wo ich meine Muskeln hier hab? Leute, tut mir leid, aber auf eurer Karte, da ist ein Fehler. Da steht Superste Mom, aber ich höre, das ist meine Show. Ich sorg nur für die Show im Showdown, oder lieg ich fallen? Ja. Oder lieg ich fallen? Ja. Oder lieg ich fallen? Ja. Ich sorg nur für die Show im Showdown, oder lieg ich fallen? Ja. 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 Ich bin ja so. Ich bin ja so. Oh, Christy. Und abgeholt. Van, das ist doch sonst total unfair. Und abgeholt. Wollt ihr jetzt kämpfen oder tanzen? Na, wahrscheinlich tanzen. Oh, schade, soße. Oh, schade, soße. Oh, scharfe Soße. Hallo, es küsst dich. Okay. Na egal, um es doch mal klarzumachen, eure Mams wissen nicht, was los ist. Meine Mams weiß doch niemals, was los ist. Wir geben ihr einen Punkt, weil sie überlebt hat. Und jetzt ist zur Bayer's Mams dran. Diese Runde geht an mich. Oh, scharfe Soße. Oh, scharfe Soße. Oh, scharfe Soße.